jetzt doch alles perfekt oder jetzt ist es perfekt jetzt hört ja auch die stimme vom sprecher womit müssen sie bei derartigen querungshilfen rechnen du bist genial roxy du bist genial ach der wahnsinn okay cool ja ich habe einfach nur twitch jetzt gemutet ja sehr geil gut dann fangen wir mal an womit müssen sie bei derartigen querungshilfen rechnen also sowas kommt auch in der prüfung mal vor wenn du da in der praktischen prüfung so durch die durch deine ortschaften so fährst und viele sind dann irgendwie geneigt den fußgänger über die straße gehen zu lassen aber bedenke das ist kein fußgänger überweg sondern eine überquerungshilfe für den fußgänger und es ist seine aufgabe da stehen zu bleiben und erst über die straße zu gehen wenn keine fahrzeuge mehr kommen was du nicht unbedingt tun solltest ist davor stehen zu bleiben den fußgänger über die straße zu schicken weil das kann zu verwechslungen führen dann rennen weitere leute über die straße der von hinten fährt der drauf weil er weiß du musst ja gar nicht stehen bleiben ja es ist ja kein zebrastreifen kein fußgänger überweg und fahr einfach vorsichtig dran vorbei also wie gesagt überquerungshilfe ist ja für den fußgänger genau ich schaue mal ab und zu so ein bisschen auf dem chat ich habe das jetzt hier unten auf dem handy und dann hier noch mal auf dem extra display weil das ist mir irgendwie zu klein ich muss dann auch ein bisschen schauen wie ich das am besten hinkriege okay dann schauen wir uns mal die antwortmöglichkeiten an radfahrer überqueren die straße ohne den verkehr zu beachten fußgänger nehmen an dass sie vorrang vor dem verkehr haben fußgänger beachten stets den vorrang von fahrzeugen also das ist die sache wo ich euch gerade versucht habe zu erklären das ist kein fußgänger überweg also der fußgänger muss warten klar und die radfahrer können natürlich die sind ja sowieso total besoffen und verrückt deswegen kreuzen wir nur die erste und die zweite möglichkeit an wir können auch folgendes machen ich lasse die frage vorlesen und ihr schreibt in den chat welche antwortmöglichkeiten richtig sind so 12 oder drei wie es mir geht mittelmäßig okay antwort richtig mal die zweite wodurch können sie kraftstoff sparen wenn sie einen pkw mit automatikgetriebe fahren sehr schön im letzten video vom donnerstag habe ich ja gesagt dass mir aufgefallen ist dass der sehr oft steht mit manuellem schaltgetriebe und jetzt kommen tatsächlich auch fragen zum automatikgetriebe beim fahren den eco modus nutzen beim anfahren auf den kickdown verzichten beim befahren eines gefälles den motor ausschalten da kommen jetzt eventuell sogar ein paar fremdbegriffe vor wie kickdown aber sowas bekommst du halt in der prüfung genau dann könnt ihr jetzt mal reinschreiben welche antworten ihr ankreuzen würde die aufgabe würde jetzt nur drei fehler punkte geben 1 und 2 ok ja also 1 und 2 das sieht schon sehr gut aus eco modus bei manchen heißt es komfort oder oder was weiß ich das ist richtig und zwar sorgt es beim auto dafür dass weniger kraftstoff verbraucht also das auto nimmt einfach das gas nicht so stark an als wie in normalen normalen modus oder im sport modus oder sowas drückt das gaspedal rein und das auto reagiert halt nicht so kräftig und dadurch verbraucht es halt weniger kraftstoff beim anfahren auf den kickdown verzichten kickdown wer weiß nicht was ein kickdown ist könnt ihr mal ganz kurz was weiß ich eine einzelne chat schreiben oder sowas wer weiß nicht was ein kickdown ist ok also kickdown gibt es nur bei automatikgetriebe und zwar bedeutet das wenn du das gaspedal komplett durch drückt bis zum boden und dann kannst du noch ein ganz kleines stückchen weiter das macht dann so sagt das pedal so ein und damit aktiviert du den kickdown das bedeutet das auto schaltet in den möglichst niedrigsten gang damit du eine hohe drehzahl hast und viel leistung zur verfügung also wenn du sehr schnell stark beschleunigen möchte ist beim automatikgetriebe gaspedal voll durch und dann betätigst du diesen kickdown schalter und dann macht das motor management richtet das praktisch so ein dass der motor die höchste drehzahl also die die maximale leistung aus dem auto raus bringt und die frage ist ja hier wie wir kraftstoff sparen können und ja auf den kickdown verzichten genau beim fahren vom gefälle der motor ausschalten bitte nicht das ist gefährlich weil dann die bremskraft unterstützung nicht mehr funktioniert und die servolenkung was es genau ist das können wir ja mal irgendwann mal bei den technischen fragen dann durchgehen so frage drei sie möchten eine pferdekutsche auf einer landstraße überholen wie verhalten sie sich richtig ich achte auf handzeichen zum abbiegen des kutschers ich halte einen möglichst geringen seiten abstand ein ich halte einen ausreichenden abstand beim wiedereinscheren ein okay könnt ihr wieder in chat schreiben was ihr meint aber die frage ist ja relativ einfach es gibt noch eine andere frage zum thema pferdekutsche und zwar die wird so gut wie immer falsch beantwortet da gibt es eine antwort möglichkeit beziehungsweise die frage ist ungefähr so gestellt was kann ein pferdekutsche tun um die fahrtrichtungsänderung anzuzeigen und dann als antwort möglichkeit gibt es dass der kutscher handzeichen gibt ja ist natürlich richtig und dann gibt es noch eine antwort möglichkeit dass die blinken dass der dass der kutscher einen blinker setzt und es kreuzt keiner an ist aber trotzdem richtig also anscheinend gibt es auch kutschen die einen blinker haben eins und drei ja richtig genau also einfach möglichst viel abstand zu den pferden wenn es geht auch nicht mit hoher motordrehzahl überholen also nicht so kräftig damit die pferde nicht erschrecken was gilt bei dieser verkehrszeichen kombination ich muss vorfahrt gewähren und dabei den verkehr mit elektrorollern von links und rechts beachten es kommen sogar schon elektroroller in den fragen vor ich muss vorfahrt gewähren und dabei den radverkehr von links und rechts beachten ich muss vorfahrt gewähren und dabei nur den kraftfahrzeugverkehr auf der vorfahrtstraße von links und rechts beachten okay also wie gesagt das sind neue fragen ich habe die noch nie gesehen und diese elektroroller sind die e-scooter den du dir auch in der stadt überall ausleihen kannst die sind jetzt auch mit in den fragen zwei also nur zwei würdet ihr sagen bedenke dass diese e-scooter gehandhabt werden wie fahrräder also ich muss gestehen ich weiß es nicht aber ich würde jetzt einfach mal eins und zwei anklicken weil den verkehr mit elektrorollern von links und rechts beachten die werden als fahrräder gewertet und dementsprechend müssen wir auch auf dem radweg fahren und haben dementsprechend auch vorfahrt also ich würde jetzt die eins und die zweimal an kreuzen da müssen wir echt aufpassen also am besten die fragen und antworten dreimal lesen zwei fahrzeuge kommen sich auf einer kreuzung entgegen beide fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen in welchem ausnahmefall müssen sie hintereinander abbiegen ja gelassen solltest du auf jeden fall hingehen viele machen sich da übrigens immer so ein stress also ich bekomme extrem viele nachrichten was also was ich tun kann vor der ja damit die die aufregung vor der prüfung irgendwie abmildern kann oder so und größer tipp von mir wäre einfach dass du niemandem sagst dass du prüfung machst also du solltest nicht in einer familie oder deinem freundeskreis irgendwie jedem erzählen dass du nächsten montag prüfung machst oder sowas weil dann hast du einen extremen druck in dir weil du denkst du musst diese prüfung jetzt bestehen weil du hast ja schon allen gesagt dass du prüfung machst und wenn es jetzt nicht schaffen würdest die fragen dich bestimmt und sowas ist das ist das ist gar nicht gut und stell dir mal vor du hast keinen gesagt dass du prüfung machst du gehst einfach hin 11 fehlerpunkte ach scheiße machst du seit den 14 tagen noch mal ich lasse die frage noch mal vorlesen zwei fahrzeuge kommen sich auf einer kreuzung entgegen beide fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen in welchem ausnahmefall müssen sie hintereinander abbiegen da habe ich sogar was vorbereitet genau also die frage ist ja so gestellt übrigens das ist einer der häufigsten gründe die zum nicht bestehen der prüfung führen dieses links abbiegen also bedeutet hier fahren wir und hier fährt der gegenverkehr der gegenverkehr möchte in diese straße abbiegen und wir wollen in diese straße abbiegen also sprich beide wollen links abbiegen und ja der trick ist einfach du fährst bis in die mitte der kreuzung und bleibst auf deiner straßenseite stehen und der gegenverkehr fährt auch in die mitte der kreuzung und bleibt auch auf seiner straßenseite stehen dann wird gewartet bis kein verkehr mehr kommt weil hinter unserem fahrzeug könnten ja noch motorräder fahrradfahrer und was weiß ich geradeaus durchschießen und wenn dann keiner mehr kommt und keine radfahrer und fußgänger mehr kommen dann können wir voreinander in unsere straße einbiegen ok so wird es gemacht das ist ganz ganz wichtig was hat leider sehr oft passiert ist dass die fahrschüler zu weit in die kreuzung reinfahren dass sie halt irgendwo hier dann stehen und versuchen hinter dem anderen fahrzeug abzubiegen ja und das führt leider zum nicht bestehender prüfung der praktischen prüfung also das haben wir gesagt eins und zwei ich lasse mal ganz kurz die antworten vorlesen wenn die verkehrslage es erfordert wenn die gestaltung der kreuzung es erfordert wenn eine gleichrangige kreuzung befahren wird ich weiß die frage schon gar nicht mehr zwei fahrzeuge kommen sich auf einer kreuzung entgegen beide fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen in welchem ausnahmefall müssen sie hintereinander abbiegen ok also der normalfall ist voreinander abzubiegen und dann gibt es natürlich gewisse ausnahmen in dem fall wenn es die verkehrslage erfordert ja es kann natürlich sein dass schon irgendein deb zu weit in die kreuzung reingefahren ist dann bringt es natürlich nichts wenn du dich da stur dahin stellt und sagst ja jetzt verpiss dich ich will da jetzt abbiegen ja dann biegst halt hinter ihm ab wenn es geht wenn die gestaltung der kreuzung es erfordert wenn eine gleichrangige kreuzung gefahren eine gleichrangige kreuzung was ist denn das wenn die gestaltung der kreuzung es erfordert was schreibt ihr denn so welche app ich habe das ist fahren lernen max vom vogel verlag haben viele fahrschulen aber manche auch nicht aber ich finde es ist die beste app weil sie halt eins zu eins so aussieht wie die fragen die du auch in der prüfung bekommst und das sind halt genau die frage die du auch in der prüfung bekommst also ich würde jetzt eins und zwei anklicken gleichrangige kreuzung kann ich mir jetzt gerade nichts darunter vorstellen und wenn die gestaltung der kreuzung es erfordert das ist richtig es gibt wie gesagt ausnahmen da siehst du auf dem boden die fahrbahnmarkierungen und die leiten dich dann sogar zu dem zu dem punkt wo du abbiegen musst und manchmal ist es sogar hintereinander aber wie gesagt im normalfall immer voreinander wie ich gerade versucht aufzeichnen nein alle drei sind nicht richtig also nur eins und zwei wie gesagt eine gleichrangige kreuzung keine ahnung was da gemeint ist sie fahren ein kraftfahrzeug mit manuellem schaltgetriebe welche fahrweise führt innerorts zu einem hohen kraftstoffverbrauch da könnt ihr euch mal wieder die antworten überlegen eins zwei drei welchen führerschein ich empfehlen würde ja b ist immer gut natürlich ja b starkes beschleunigen fahren in hohem gang fahren mit hoher motordrehzahl also was viel kraftstoff verbraucht 1 und 3 1 2 und 3 ich kann mir vorstellen wenn sich jemand nicht so gut mit technik auskennt dass er fahren im hohen gang auch anklicken würde weil das hört sich schon so ja so kraftstoff verbrauchend an so fahren im hohen gang es ist bestimmt sehr kraftstoff intensiv aber du musst bedenken wenn du mit deinem fahrrad in einem hohen gang fährst dann trittst du ja weniger und kommst weiter beziehungsweise fährst sogar schneller also du musst weniger energie investieren und kommst trotzdem schneller an ja also 1 und 3 fahren hoher motordrehzahl und starkes beschleunigen natürlich übrigens das beschleunigen verbraucht beim auto am meisten energie deswegen sind auch die stadtfahrten so kraftstoff intensiv ob ich die ganzen fragen durch gehe keine ahnung ich versuche es mal wie gesagt teil 1 von den fragen habe ich ja schon auf youtube hochgeladen und jetzt hier teil 2 würde ich halt gerne mit euch live durch machen wie weit wir kommen keine ahnung schauen wir einfach mal ok von außen aus 60 hinter uns überholt uns gleich einer ich vermute mal es kommt gleich gegenverkehr man sieht auch sehr schlecht ja höchstwahrscheinlich kommt gegenverkehr und er versucht sich jetzt hier rein zu drücken ganz kurz noch ein punkt für die prüfung du kannst dir die videos fünf mal anschauen danach gehst du hier auf die aufgabenstellung und bekommst halt die frage mit den antwortmöglichkeiten jetzt kannst du in deiner prüfung nicht mehr zurück auf das video gehen hier in dem lernprogramm geht es aber in der prüfung kannst du nicht mehr zurückgehen also schau dir das video am besten zwei dreimal an ich verringere meine geschwindigkeit damit der überholende sich vor mir einordnen kann ich beschleunige damit der überholende sich hinter mir einordnen kann ich behalte meine geschwindigkeit bei da der sicherheitsabstand ausreichend ist also ganz klar oder wir versuchen es immer möglichst ja partnerschaftlich zu verhalten 1 auf jeden fall was der unterschied ist zwischen hoher drehzahl und einem hohen gang ich versuche das immer mit dem fahrrad zu vergleichen fährst du im niedrigen gang dann musst du viel treten kommst aber nicht weit oder bist halt nicht schnell beim auto ist es ganz genauso du hast sechs gänge normalerweise im ersten gang hast du eine hohe drehzahl beim fahrrad ist es halt du musst halt viel treten hohe drehzahl und hast dafür aber auch viel kraft also du kommst mit dem ersten gang ob jetzt im auto ist oder motorrad oder im fahrrad kommst du einen hohen berg sehr leicht hoch musst aber viel treten hast du einen hohen gang geht die drehzahl aber runter und du bist trotzdem schneller also wenn du im einundzwanzigsten gang eine umdrehung machst mit den pedalen dann kommst du viel viel weiter als wenn du im ersten gang fahren würdest aber du hast halt nicht so viel kraft du kommst im einundzwanzigsten gang den berg nicht hoch was soll ich als erstes machen wenn ich meinen führerschein machen will es kommt darauf an wie alt du bist aber ansonsten würde ich als allererstes mir eine fahrschule suchen und dann würde ich so also wenn du den führerschein schnell haben möchtest so schnell wie möglich ein passbild machen lassen denn erste hilfe kurs ich weiß gar nicht wie das ist mit corona und sowas erste hilfe und den antrag zum zum amt bringen also du musst den antrag stellen zum erteilung einer fahrerlaubnis und das ganze dauert dann ungefähr sechs wochen im normalfall vielleicht jetzt acht ich weiß es nicht genau und während der antrag läuft und das ganze machst du deinen theorieunterricht also für die klasse b halt diese zwölf grundstunden und die zwei zusatzstunden und dann schaust du halt dass du so schnell wie möglich die fahrstunden durchbringst aber wie gesagt erste hilfe kurs kann man machen sehr gut und dieser antrag dauert halt am längsten und dementsprechend solltest du das als erstes machen genau ja nächste frage wodurch kann eine gefährdung beim fahren entstehen durch ein zu großes spiel in der lenkung durch eine stark einseitig wirkende betriebsbremse durch ein nicht funktionierendes abländlicht ok was sagt ihr bei wem sollst du den antrag machen manchmal macht es deine fahrschule manchmal musst du aber den antrag auch selber zur entweder zur zulassungsstelle bringen oder zum zum landratsamt das kommt immer drauf an wo du wohnst also bei uns also wir haben das immer ach sehr cool wir haben das immer selber gemacht in der fahrschule also haben die anträge dann rüber gebracht und irgendwann war es einfach zu blöd und dann haben wir gesagt dass die fahrschule das selber machen sollen also kommt drauf an alle drei ja natürlich also zu großes spiel in der lenkung da können sich auch viele leute nichts darunter vorstellen und zwar du drehst an dem lenkrad und normalerweise wenn du am lenkrad drehst sollten sich deine reifen bewegen wenn das auto schon ein bisschen älter ist also viel gefahren wurde dann kann es sein dass du so 2 cm am lenkrad drehst aber die reifen sich noch nicht bewegen und das ist das spiel also zwischen lenkrad zwischen soll und ist sozusagen und das kann der prüfer sogar in der praktischen prüfung der stellt dir ja drei technische fragen der kann dir zum beispiel die frage stellen wie du das lenkspiel kontrollierst und ja gut das erkläre ich jetzt euch nicht das ist ein bisschen zu kompliziert kannst ein fahrlehrer fragen also in den acht jahren wo ich fahrlehrer war hat noch nie einer diese frage gestellt ich habe zwar immer wieder unterrichtet aber es hat noch nie einer so eine frage gestellt ist wahrscheinlich auch zu kompliziert da hat der prüfer auch keinen bock drauf genau betriebsbremse ja und abblendlicht klar nicht funktionierendes abblendlicht wenn es zum beispiel falsch eingestellt ist blendet ist wenn es nicht funktioniert du fährst irgendwo in den tunnel oder sowas auch blöd kannst du übersehen werden womit sollten sie bei diesem verkehrszeichen rechnen ein gefahrenzeichen rot dreieckig mit der spitze nach oben mit vorausfahrenden fahrzeugen die plötzlich bremsen mit ästen die auf der fahrbahn liegen mit vorausfahrenden fahrzeugen die plötzlich nach links ausweichen ob wir zahlen fragen machen können ich habe ein video mit allen zahlen fragen gemacht und zwar im video kurs wenn ihr unter dem stream ein bisschen runter schaut da ist ein link zum video kurs da sind alle zahlen fragen verfilmt die es die in der prüfung vorkommen können alle drei natürlich alle drei also fahrzeuge die plötzlich bremsen weil zum beispiel äste auf der straße liegen oder weil die bäume zu weit die straße reinragen äste können auf der straße liegen und die können natürlich auch ausweichen ok welche möglichkeiten der ladungssicherung gibt es in einem pkw die antirutschmatte den spanngurt das gepäcknetz ok ja ich kreuze einfach mal alle drei an und zwar für diejenigen die den be machen wollen also mit dem anhängerführerschein das müsst ihr wissen es gibt kraftschlüssig und oh gott was war das nochmal kraftschluss und und jetzt weiß ich selber nicht mehr und formschluss kraftschluss und formschluss das müsst ihr wissen für die prüfung der prüfer fragt euch nämlich wie ihr euer zeug im anhänger sichern könnt und kraftschluss ist mit spanngurten und formschluss ist wenn du zum beispiel eine kiste rein stellst und diese kiste wenn du bremst die würdest ja dann nach vorne hauen und du stellst es einfach ganz viele kartons oder noch weitere kisten in den anhänger rein dass einfach so viel da drin ist dass sich nichts mehr bewegen kann dann hast du eine formschluss genau und an die rutschmatte 1 2 und 3 ok wie verhalten sie sich hier richtig jetzt haben wir einen fußgängerüberweg auch bekannt als zebrastreifen man sieht ihn zwar nicht mehr aber wir haben das verkehrszeichen und dementsprechend müssen wir uns natürlich auch verhalten ich ermögliche der fußgängerin auf der rechten seite das überqueren der fahrbahn ich bremse vorsichtig ich fahre vorsichtig weiter da keine markierung auf der fahrbahn zu erkennen ist eins und zwei jo eins und zwei welche fragen dich der prüfer beim motorrad führerschein stellen wird in der praktischen prüfung also sehr 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 beliebt ist alles mit der kette du hast höchstwahrscheinlich ein motorrad eine fahrschulmaschine mit kette und da fragt dich alles mögliche über die kette aus und auch sehr gerne über die flüssigkeiten im motorrad also kühlflüssigkeit bremsflüssigkeit und so weiter das sind so die die lieblingsfragen und dann eventuell noch lichter und reifen reifen ist top also reifen wird in so gut wie jeder prüfung gefragt ob du jetzt autoführerschein machst oder motorrad reifen kommt eigentlich immer drin wer muss in dieser situation blinken der blaue pkw der rote pkw ich selbst gut ich hoffe das sollte jetzt auch klar sein jeder der seine fahrtrichtung verlässt muss blinken dementsprechend wir nach links und der blaue natürlich nach rechts der rote muss nicht blinken er fährt gerade aus also blau und wir genau ok wann erscheint jetzt diesmal innerorts mit 40 da vorne kommt dieses verkehrszeichen von vorhin und da hat anscheinend einer eine panne ja ok gut radfahrer kommt von rechts ich glaube die wollen darauf hinaus wie verhalten wir uns wegen des gelben lkws weil die verkehrssituation unübersichtlich ist wegen des radfahrers ok ich habe die frage jetzt nicht vorgelesen warum müssen sie hier anhalten ganz klar wir sehen nichts durch den weißen pkw deswegen weil die situation unübersichtlich ist und wir haben gesehen dass der radfahrer von rechts kommt 2 und 3 genau ok welchen seiten abstand müssen sie beim überholen von fußgängern und radfahrern einhalten diese frage habe ich markiert weil die habe ich im letzten video falsch gehabt und zwar wurde das dieses jahr geändert diese regelung ja wer weiß die antwortmöglichkeit ich muss außerorts mindestens 2,0 m seitenabstand einhalten ich muss innerorts mindestens 1,5 m seitenabstand einhalten ich muss innerorts mindestens 1,0 m seitenabstand einhalten 1 und 2 sind tatsächlich richtig früher war das so dass es nur 1,5 m gab und jetzt ist es so innerorts bleiben die 1,5 m und außerorts tatsächlich jetzt 2 m seitenabstand finde ich auch logisch weil außerorts fährst du natürlich eine wesentlich höhere geschwindigkeit als innerorts womit müssen sie auf diesem parkplatz rechnen mit personen auf der fahrbahn mit ausparkenden fahrzeugen mit falsch parkenden lkws ja gut ich glaube die frage können wir fast überspringen da kreuzten wir jetzt alles an zwei fahrzeuge kommen sich auf einer kreuzung entgegen beide fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen wie müssen sich die beiden fahrer im regelfall verhalten so jetzt bitte schon jetzt bist du dran sie müssen sich über die art des abbiegens verständigen sie müssen hintereinander abbiegen sie müssen voreinander abbiegen 3,3 letzte antwort 1 und 3 also da scheint es ja große uneinstimmigkeiten zu geben gibt drei fehlerpunkte die frage ok also drei ist auf jeden fall schon mal richtig weil wir haben gesagt ich habe es versucht vorhin aufzuzeichnen hier also es wird immer voreinander abgebogen so so und dann voreinander hintereinander wäre praktisch wenn sie so aneinander vorbeifahren würden und dann hintereinander abbiegen würden das ist im normalfall wie gesagt nicht richtig aber die erste antwort möglichkeit sie müssen sich über die art des abbiegens verstehen naja das ist blödsinn also grundsätzlich immer voreinander ihr pkw hat einen motorschaden und soll mit einem abschleppseil abgeschleppt werden was müssen sie beachten gute frage zum abschleppen eines pkws wird mindestens die fahrerlaubnisklasse be benötigt beim abschleppen eines elektrofahrzeugs müssen die vorgaben des herstellers beachtet werden ein defekter pkw mit lenkunterstützung lässt sich schwerer lenken eins zwei oder drei aber das ist cool dass jetzt auch fragen mit elektrofahrzeugen da drin sind du darfst übrigens ab dem ja seit dem ersten april deinen führerschein auch auf einem elektrofahrzeug machen beziehungsweise die prüfung und bekommst dann keinen automatik eintrag allerdings musst du in deiner ausbildung ein paar fahrstunden auf einem schaltgetriebenen fahrzeug machen aber die prüfung selber kannst du auf automatik machen oder auf dem elektroauto 2 3 keine ahnung ja also be ist anhänger führerschein und zum abschleppen eines fahrzeuges brauchst du natürlich keinen anhänger führerschein das hat ja auch so gut wie keiner genau die angaben des herstellers müssen beachtet werden du musst also beim tesla weiß ich das zumindestens musst du in einen abschlepp modus gehen weil sonst das fahrzeug kaputt gehen würde genau und die lenkkraft unterstützung funktioniert auch nicht das habe ich ja ganz am anfang schon mal erklärt als die frage mit dem mit dem gefälle glaube ich kam dass du den motor bitte nicht ausschalten solltest weil sonst die lenkkraft unterstützung nicht mehr funktioniert also 2 und 3 sind richtig sie fahren ein kraftfahrzeug mit manuellem schaltgetriebe wie verhalten sie sich bei diesem verkehrszeichen richtig ich schalte gegebenenfalls in einen niedrigeren gang ich schalte stets in einen höheren gang ich befahre vorsichtig dieses gefälle ja 1 2 oder 3 hier muss man auch wieder ganz genau aufpassen was das für ein verkehrszeichen ist du musst schaust dir die antworten ganz genau an weil da gibt es so ein paar sachen wenn du da zwei wörter irgendwie falsch liest verdrehst oder sowas dann kommt was völlig anderes raus ja 1 2 1 und 3 nur 1 wo ich die frage noch mal auf youtube mache ich weiß nicht keine ahnung aber ihr könnt ihr euch hier auf twitch noch mal anschauen ich glaube aber nur irgendwie zehn tage oder sowas ich weiß ich weiß es noch nicht keine ahnung 1 und 3 tja also erstmal musst du dir das verkehrszeichen anschauen du siehst es ein gefahren zeichen also es warnt dich vor etwas und jetzt ist natürlich die frage vor was es dich warnt es gibt ja das gleiche noch mal in die andere richtung und in deutschland liest du ja immer von links nach rechts und so fährt auch das auto von links nach rechts also es fährt bergauf und nicht bergab das heißt die letzte antwortmöglichkeit ich befahre vorsichtig dieses gefälle kann ja gar nicht richtig sein denn es ist ja kein gefälle sondern eine steigung also kreuzen wir drei natürlich nicht an ich schalte stets in einen höheren gang wenn ich an eine steigung komme in einen hohen gang schalte dann wissen wir ja schon komm mal den berg nicht hoch wie beim fahrrad auch also zwei kann auch nicht richtig sein ich schalte gegebenenfalls in einen niedrigeren gang genau ich schalte ein paar gänge runter kommt natürlich auf die steigung und auf deine geschwindigkeit drauf an und dafür muss der motor mehr arbeiten mehr leisten also hohe drehzahl dafür hast du aber mehr kraft und kommst den berg hoch oder leichter hoch also nur eins ist in dem fall richtig sie möchten überholen worauf sollten sie sich jetzt einstellen ok er will hier mit seinem kumpel high five machen anscheinend der entfernte radfahrer auf der fahrbahn schert nach links aus ja gibt ja schon so handzeichen höchstwahrscheinlich der radfahrer direkt vor mir auf der fahrbahn hält an der blaue pkw überholt mich der blaue pkw der da hinter uns ja wahrscheinlich eher nicht also eins und zwei machen wir es kurz zack fertig säuft der wagen ab ja das kann schon sein also es kommt halt auf die drehzahl drauf an wenn du der wagen hat ja eine lehrlauf drehzahl von so ungefähr ja es sind so 900 950 umdrehungen und wenn die drehzahl darunter geht dann säuft der wagen ab oder stirbt ab und wenn du an eine steigung kommst und der gang ist zu hoch also du hast zu wenig leistung dann kann es sein dass die drehzahl immer weiter absinkt bis zu diesem punkt wo der motor dann absäuft sie fahren ein kraftfahrzeug mit manuellem schaltgetriebe welches verhalten belastet die umwelt eine ungleichmäßige fahrweise ein fahren bergab in hohem gang ein häufiges gas geben beim warten an der ampel genau eins und drei das sind richtig also ganz klar umso gleichmäßiger umso smoother du fährst also wenn du jetzt ein volles glas wasser auf dein armaturenbrett stellst also wirklich ganz ganz voll und nach der fahrt ist es immer noch voll dann bist du sehr umweltfreundlich gefahren aber wenn alles ausgeschwappt ist also sehr ruckartig und und nicht vorausschauend immer bremse gas und so und dann weißt du dass du viel energie verbraucht hast so warum ist zwei nicht richtig ein fahren im erfahren bergab im hohen gang hört sich wieder so an oh ja hoher gang hoher kraftstoffverbrauch nein es ist nicht so wenn der gang wenn einen hohen gang hast dann wie gesagt braucht der motor weniger kraft um mehr strecke zurückzulegen jetzt ist hier noch fahren bergab in der frage drinnen da geht es höchstwahrscheinlich um die motorbremse wenn du vom gas weg gehst verbraucht das auto ja keinen kraftstoff aber der motor bremst das auto herunter umso niedriger der gang ist umso höher ist diese motorbremsleistung und wenn du lange rollen willst also lange keinen kraftstoff verbrauchen möchtest dann ist es besser wenn du einen hohen gang hast also grundsätzlich hoher gang heißt immer weniger kraftstoffverbrauch aber dafür natürlich auch weniger leistung genau niedrige drehzahl im hohen gang perfekt worauf weist dieses verkehrszeichen hin auf eine haltemöglichkeit für pausen und fahrerwechsel auf eine nothalte und pannenbucht auf einen vorübergehenden zusatzfahrstreifen ja das ist einfach nur so eine pannenbucht hast du sehr häufig in tunneln zum beispiel wie verhalten sie sich hier richtig das sind so fragen da haben viele leute probleme damit ich fahre vor dem radfahrer ich warne den radfahrer durch hupen ich warte bis der radfahrer abgebogen ist so die frage ist wer darf zuerst fahren ja hupen ja hupen ist immer gut also verkehrsregel ist natürlich ganz klar rechts vor links das heißt der radfahrer der rechts von uns kommt darf natürlich auch zuerst fahren dementsprechend ist nur die letzte antwort möglichkeit richtig sie möchten einen anhänger mitführen was müssen sie beachten die maximal zulässige stützlast an der anhängekupplung die maximal zulässige zuladung des anhängers die maximal zulässige anhängelast des zugfahrzeugs ja das klingt ja alles recht gut und es ist auch alles richtig aber ich erkläre euch mal ganz kurz was damit gemeint ist weil wenn du eine prüfung machst dann musst du das eventuell auch wissen die stützlast ist die kraft die vom anhänger auf die anhängerkupplung drückt du möchtest möglichst viel stützlast haben weil dein fahrzeug mit dem anhänger sich so besser verhält stell dir mal vor du hättest auf diesen auf dieser anhängerkupplung keine kraft drauf oder sogar eine negative kraft dann würdest du dann würde der anhänger und das auto sich praktisch so biegen und das ganze wäre sehr sehr instabil also du möchtest viel stützkraft haben es gibt natürlich eine maximal stützkraft und die darf nicht überschritten werden ganz klar ja zuladung des anhängers ist hoffentlich klar es gibt auch eine zuladung beim auto darf nicht überschritten werden klar und die anhänger last also die last die das zugfahrzeug das auto ziehen darf darf natürlich auch nicht überschritten werden welche beleuchtungseinrichtung müssen sie bei einer fahrt in dunkelheit an ihrem kraftfahrzeug grundsätzlich einschalten das fernlicht nur das standlicht das abländlicht ich hoffe das weiß auch jeder von euch ja drei aber viele wissen zum beispiel nicht wie sie das fernlicht anschalten ich habe ja vorhin gesagt dass die lichter auch sehr gerne kontrolliert werden egal ob jetzt beim motorrad führerschein oder beim autoführerschein und wichtig bei beiden ist dass also der prüfer ja du setzt dich halt rein steigst auf die maschine auf und der prüfer sagt dann ja dann zeigen sie mir nochmal das fernlicht und das fernlicht schaltest du oder funktioniert nur wenn du die zündung angemacht hast und das abländlicht aktiviert hast sonst funktioniert das fernlicht nicht beim auto machst du das fernlicht ja an indem du die linke hand einfach so nach vorne drückst also den blinker von dir weg drückst und beim motorrad hast du meistens kannst du mit dem linken daumen so nach oben klicken dann geht das fernlicht an wie gesagt geht aber nur wenn die zündung an ist und das abländlicht aktiviert ist beim motorrad muss eventuell sogar der motor laufen das kommt auf die maschine drauf an genau das ist die einzigste kontrollleuchte die blau ist das will der prüfer eventuell auch wissen welche farbe die kontrollleuchte hat also ich würde jetzt mit euch einfach die neuen fragen komplett durch machen wenn einer von euch irgendwelche themen hat oder fragen zu anderen zu anderen themen dann hau raus wo macht man das abländlicht an beim motorrad geht es bei den heutigen maschinen automatisch an sobald der motor läuft beim auto hast du links unter der lüftung ein kleines rädchen normalfall und dieses rädchen drehst du ganz nach rechts dann hast du das abländlicht angemacht aber wie gesagt geht auch nur mit der zündung also zündung brauchst du grundsätzlich immer für alles was strom braucht genau und dann gibt es noch so ausnahmen wie zum beispiel bei mercedes glaube ich oder wenn du ein fiat fährst oder irgendwas ganz außergewöhnliches dann hast du am blinker ein kleines rädchen und da machst du dann das abländlicht an ja also die zwei möglichkeiten gibt es normalerweise was ist eine voraussetzung für umweltschonendes und energiesparendes fahren regelmäßige kontrolle des reifen fülldrucks regelmäßige fahrzeugwartung regelmäßige motorwäsche gut einer hat es schon beantwortet eins und zwei sind richtig reifendruck damit kannst du tatsächlich oder beziehungsweise der reifendruck ist extrem wichtig weil der reifen die einzigste verbindung zwischen dir und der fahrbahn ist der reifen muss wirklich in einem sehr guten zustand sein der sollte nicht zu alt sein maximal sechs jahre das kann der prüfer auch fragen genau dann profiltiefe wann der reifen hergestellt worden ist was ist ein reifen ist ein sommer- oder winterreifen das ist übrigens auch alles im videokurs erklärt ja das ist diese fragen stellte der prüfer genau und luftdruck extrem wichtig auch wenn du mit dem fahrrad fährst und du hast zu wenig luft im reifen dann weißt du du musst dich mehr anstrengen des fahrgefühls beschissen das ist beim auto halt ganz genauso und regelmäßige wartung sowieso wenn irgendwas nicht in ordnung ist das kann auch auf den kraftstoffverbrauch gehen was müssen sie beim fahren mit einem quad beachten wie lange der sehtest gültig ist ich glaube ich glaube ein oder zwei jahre also der erste hilfekurs der hat kein limit der sehtest ich glaube ein oder zwei jahre ich bin mir jetzt nicht ganz sicher die fahreigenschaften entsprechen denen von pkws das tragen eines geeigneten schutzhelms ist pflicht beim durchfahren von engen kurven neigen quads zum kippen zwei und drei und zwar also was ein quad ist es läuft glaube ich auch unter dem namen atv und was heißt denn das überhaupt keine ahnung wer es weiß kann es ja mal reinschreiben das sind halt so kleine wie kann man die wie kann man die beschreiben motorräder mit vier reifen ja irgendwie so und die haben halt eine relativ kleine spur also kleine achse hinten und deswegen können die auch leichter kippen und helm brauchst sowieso wie beim motorrad halt auch sie fahren auf dieser straße mit einem schutzstreifen für radfahrer wie dürfen sie den schutzstreifen nutzen wenn eine gefährdung von radfahrern ausgeschlossen ist darf ich den schutzstreifen bei bedarf befahren wenn eine gefährdung von radfahrern ausgeschlossen ist darf ich auf dem schutzstreifen parken ja das ist jetzt die frage eins eins und zwei nur eins also es anscheinend eine mittelschwere frage gibt nur drei fehlerpunkte der prüfung darfst du maximal zehn fehlerpunkte haben nur eins also sind wir uns einig parken darfst du nicht darauf denn es ist ja speziell für radfahrer dieser weg dementsprechend halten ist auch nicht erlaubt also du darfst ihnen wenn es zum beispiel so ein riesen lkw entgegen kommt und es gibt keine andere möglichkeit und es ist kein radfahrer da dann darfst du diesen schutzstreifen kurzfristig befahren welche maßnahme kann zum umweltschonenden fahren beitragen die bildung von fahrgemeinschaften die nutzung von fahrzeugen mit elektroantrieb die teilnahme an einem fahrpraktischen training zur kraftstoff sparenden fahrweise ok ja also fahrgemeinschaften klar wenn jetzt nur eine person im auto sitzt zwischen blöd das auto verbraucht fünf sechs liter auf 100 kilometer praktisch dann pro person einmal diese fünf sechs liter würdest du noch vier freunde mitnehmen dann würde ja praktisch auf eine person nur ein liter kraftstoff kommen also es sind halt einfach müssen auch weniger autos fahren dementsprechend eins zwei und drei eins und zwei eins und drei oje mini also eins ok gut die nutzung von elektrofahrzeugen da kann ich mir jetzt gut vorstellen dass einige von euch denken ja aber die herstellung vom akku die kostet natürlich so viel co2 und umwelt und sowas aber hier steht ja zum umweltschonenden fahren und ein elektrofahrzeug verbraucht keinen kraftstoff also ich würde es die zwei einfach mal anklicken die teilnahme ein paar ich sag 1 2 und 3 ok sie haben einen drei jahre alten pkw gekauft und möchten diesen privat nutzen die hauptuntersuchung ist neu welche frist gilt für die nächste hauptuntersuchung also es geht um die tüv-plakette die frage ist ja wann du praktisch das nächste mal zum tüv musst 24 24 ist richtig also sprich zwei jahre bei einem neuen auto also wenn du dir nie ein nagelneues auto kaufst dann das erste mal nach drei jahren und ansonsten dann immer wieder nach zwei wann sollten sie bei ihrem pkw die bremsanlage überprüfen lassen wenn mit meinem pkw eine gefahrbremsung durchgeführt wurde wenn die bremskontroll leuchte während der fahrt aufleuchtet wenn mein pkw bei einer bremsung nicht in der spur bleibt ok also eine etwas technischer technisch angehauchte frage 1 2 und 3 1 und 2 wenn du schon mal fahrstunden genommen hast dann hast du bestimmt auch schon mal eine gefahrbremsung durchgeführt bist du nach der gefahrbremsung in die werkstatt gefahren und hast die bremsüberprüfung lassen eher weniger oder also wenn die kontroll leuchte aufleuchtet die ist rot und rot ist immer gefahr also ja wenn bei deinem pkw beim bremsen nicht in der spur bleibt das solltest du übrigens auch immer kontrollieren wenn du dir einen gebrauchten pkw kaufst dann hast du das lenkrad ganz ganz leicht in der hand oder am besten so ja nimmst halt die hände so ein bisschen weg vom lenkrad und dann drückst du mal richtig in die bremse rein und das auto sollte dann gerade in der spur bleiben zieht es irgendwie nach links und rechts dann weißt du dass mit der bremse irgendwas nicht in ordnung ist also gefahrbremsung ist halt ja eine vollbremsung und das machst du in der fahrschule also ein fahrschulauto macht am tag mehrere gefahrbremsungen und danach jedes mal die bremsen überprüfen lassen was kann die fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie alkohol also erfrischungsgetränke drogas oder medikamentos ja gut erfrischungsgetränke naja gut wenn du dir jetzt zehn wort zehn bull rein haust aber ich denke auch nur zwei und drei ja welche fahrzeuge dürfen in eine so gekennzeichnete fahrradstraße einfahren alle fahrzeuge die von anliegern gefahren werden alle mofas mit bauartbedingter höchstgeschwindigkeit unter 25 kilometer pro stunde alle pkws wenn sie schrittgeschwindigkeit fahren okay auch interessante frage muss man sagen was sagt ihr eins und zwei also hier steht der anlieger frei also jeder der ein anliegen hat darin rein zu fahren darf der natürlich rein fahren okay alle mofas die bauartbedingter eine höchstgeschwindigkeit von unter 25 haben gilt ein mofa als fahrrad ich glaube nicht andererseits müssen mofas ja außerorts die radwege benutzen aber ich eins und zwei manche sagen auch nur eins ich weiß es jetzt auch nicht da könnte man jetzt bisschen zocken hier kann man noch so eine abstimmung machen oder müsst ihr das machen oder kann ich das tun so eine abstimmung wer kennt sich denn hier mit twitch aus keine ahnung also ja ich würde jetzt einfach mal noch mal zwei auch ankreuzen ich weiß nicht irgendwie will ich das nicht weil der mofas ich ich kreuz es nicht an ich kreuz es nicht an geil okay also die mofas dürfen natürlich nicht in diese fahrradstraße einfahren es sei denn es sind natürlich anleger ach echt 50 leute müssen wir folgen dann kann ich erst eine abstimmung machen was denn das für ein beschiss na dann auf geht's wie viel habe ich denn jetzt ich habe 71 ja ich muss mich damit noch ein bisschen beschäftigen also wenn es euch gefällt dann dann würde ich das könnte man das eventuell nochmal machen worauf müssen sie sich hier einstellen personen betreten die fahrbahn entgegenkommende fahrzeuge biegen nach links ab fahrzeuge biegen auf die fahrbahn ein ok also personen können straße betreten ja natürlich entgegenkommende fahrzeuge nach links abbiegen also hier auf den parkplatz das ist auch richtig fahrzeuge biegen auf die fahrbahn ja gut ist ja geschenkt machen wir gleich weiter was ist beim fahren mit einem quad zu beachten schau mir diese quads ich verstehe das nicht sind die so innen gerade es sollte motorradschutzkleidung getragen werden es muss ein warndreieck mitgeführt werden die notwendigen lenkkräfte können deutlich höher sein als bei einem pkw also wir sind natürlich immer sehr vorsichtig deswegen auch die motorradkleidung ein warndreieck muss nicht mitgeführt werden das ist nur für pkws oder für fahrzeuge über 3,5 t aber also für pkws nur die die lenkkräfte sind höher als beim pkw ja du hast nämlich keine lenkkraft unterstützung also ist praktisch wie beim fahrrad nur dass du halt viel mehr masse hin und her bewegen musst also 1 und 3 ne nicht 1 und 2 2 ist nicht richtig was es muss ein warndreieck mitgeführt werden bei einem quad wo soll ich das denn hin tun im ernst jetzt ich markiere die antwort das gibt es doch nicht okay alles klar die antwort werden wir uns merken und wenn ich mal ein quad fahre dann werde ich darauf achten ob da ein warndreieck dran ist sie möchten auf dem beifahrersitz ein baby mitnehmen was müssen sie bei der verwendung einer baby trageschale beachten die antwort habe ich markiert die kam nämlich letzten donnerstag in dem video was ich hochgeladen habe wer es angeschaut hat weiß was ich falsch gemacht habe kann es ja mal in die kommentare in die in chat schreiben was richtig ist ein vorhandener beifahrer airbag muss deaktiviert sein das baby muss in der baby trageschale angeschnallt sein die baby trageschale muss entgegen der fahrtrichtung angebracht sein so bitte wie würdest du es machen 1 2 und 3 2 und 3 ok also ähm die baby schale wird entgegengesetzt der fahrtrichtung angebracht das ist gerade der witz an der schale das baby muss angeschnallt werden also das ist richtig ich habe es leider nicht angekreuzt am donnerstag und zwar habe ich mir irgendwie gedacht das baby ist ja nur ein paar monate alt das kannst du ja nicht mit dem sicherheitsgurt und ich habe halt gedacht das verletzt dich dann oder so aber in dieser schale sind speziell also sind schon extra gurte drinnen mit dem das baby tatsächlich ja angeschnallt wird also nicht mit dem normalen gurt sondern mit dem gurt welcher in der schale ist äh und der beifahrer airbag der muss tatsächlich deaktiviert werden das kannst du machen entweder bei manchen fahrzeugen geht es anscheinend über den bordcomputer und bei manchen fahrzeugen hast du im oder neben dem handschuhfach einen schalter den du mit deinem schlüssel umdrehen musst und den beifahrer airbag deaktivierst hat den hintergrund wenn dir einer rein fährt und der airbag geht auf dann schleudert das kind halt aus dem verdeck raus genau das kind fliegt raus der spurhalteassistent warnt sie durch akustische haptische oder optische signale was kann die ursache dafür sein das ist halt auch das gute an dem programm wenn du eine frage mal falsch beantwortet hast irgendwann dann kommt die wieder und eventuell dann nochmal wieder und nochmal wieder also wenn du das einmal durchgemacht hast dann ist die chance dass du die prüfung bestehst eigentlich schon relativ hoch das gute bei der führerschein prüfung ist ja es gibt keine frage die dir gestellt werden kann die du nicht schon mal gesehen hättest oder nicht schon mal beantwortet hättest wenn du das durch machst ein anderes fahrzeug überholt mich mit zu geringem seitenabstand mein fahrzeug unterschreitet den sicherheitsabstand zum vorausfahrenden fahrzeug mein fahrzeug nähert sich der seitlichen fahrbahnmarkierung an ja also ich habe die frage auch falsch angekreuzt und zwar habe ich da ein bisschen zu sehr einen tesla gedacht der ja auch reagiert wenn sich ein fahrzeug dem nähert dann bremst der eventuell oder weicht auch aus und das ist einfach noch zu viel zukunft für diese für diese weiß nicht also es ist nur tatsächlich die dritte antwort möglichkeit richtig du fährst an dieser fahrbahnmarkierung und wenn du den blinker nicht gesetzt hast also dem fahrzeug signalisiert hast du möchtest jetzt den fahrstreifen wechsel machen dann fängt das lenkrad an zu ruckeln und das auto blinkt und piepst und was weiß ich das ist halt dieser spurhalterassistent manchmal versucht er auch bisschen mit gegenlenken das zu korrigieren womit müssen sie bei diesem verkehrszeichen rechnen mit einem fußgänger überweg der schwer zu erkennen ist mit fußgängern die die fahrbahn nur von rechts überqueren dürfen mit fußgängern die möglicherweise die fahrbahn überqueren also wenn er schon nur von rechts steht dann ist das meistens falsch also natürlich 1 und 3 fußgänger schwer zu erkennen ja ist halt ein gefahren zeichen also warnt dich vor etwas das ist schon das musst du immer wissen wie kann verhindert werden dass der gegenverkehr mit dem abländ licht geblendet wird die leuchtweite ist in abhängigkeit vom beladungszustand des fahrzeugs zu regulieren nach jeder reparatur am scheinwerfer sollte eine überprüfung der einstellung erfolgen es dürfen nur für den jeweiligen scheinwerfer zulässige leuchtmittel verwendet werden ok auch eine interessante frage ein bisschen technisch nur zwei also fangen wir mal an es dürfen nur zulässige leuchtmittel verwendet werden das ist richtig und auch wichtig weil die scheinwerfer beziehungsweise es gibt eine gewisse watt zahl oder sagen wir mal lichthelligkeit die nicht überschritten werden darf das licht darf aber auch natürlich nicht zu dunkel sein ob ich die neuen fragen schwer finde ich glaube wenn man sie einmal durch gemacht hat dann kann man sich das schon irgendwie merken also wenn man so ein bisschen logisch nachdenkt ich war halt mit diesem baby bisschen vorsichtig weil ich falsch gemacht habe und hier mit der mit diesem spurhalteassistent da war ich halt schon ein bisschen zu weit in der zukunft und hier mit dem warndreieck hätte ich halt nicht gedacht dass ein quad nur warndreieck mit führen muss aber wir merken uns das das war ja auch irgendwie wird sich die frage zu beantworten dann dann merkt man sich das irgendwie und dann ja ich weiß nicht also schwer und leicht finde ich irgendwie irgendwie komisch zu beantworten weil für mich sind zum beispiel technik fragen auch früher total simpel und leicht gewesen und manche denken sich so nein nicht die technik fragen ich kann mir da überhaupt nichts darunter vorstellen und für mich waren halt zum beispiel was was ich zahlen fragen oder sowas wo man auswendig lernen muss das fand ich halt schwer aber da kann man sich auch gute eselsbrücken draus machen mit zahlen fragen wie gesagt im video kurs alles erklärt also leuchtmittel genau dann reparaturscheinwerfer klar wenn irgendwas am scheinwerfer nicht in ordnung ist du spielst darum dann kann irgendwas mit dem scheinwerfer nicht mehr stimmen die leuchtweite ist abhängig von dem beladungszustand das ist auch richtig und zwar wenn du viel zeug in deinen kofferraum lädst dann drückt das gewicht des auto natürlich hinten nach unten und vorne nach oben bedeutet also dass das abblendlicht den gegenverkehr jetzt blenden könnte und da gibt es eine sogenannte leuchtweitenregulierung die befindet sich auch links unten unter also im bereich von deinem abblendlicht ist ein weiterer regler den kannst du eventuell drehen oder irgendwie so schieben und damit werden die scheinwerfer dann in der höhe verstellt leuchtweitenregulierung wo du den video kurs findest unter diesem stream ist ein ein link zum video kurs oder unter jedem youtube video oder auf meinem instagram account eigentlich überall ok sie möchten als anlieger in eine so gekennzeichnete fahrradstraße einfahren was müssen sie dabei beachten schon wieder diese fahrradstraße ich pack's nicht fahrräder dürfen nebeneinander fahren radverkehr darf nicht behindert werden fahrzeuge dürfen nicht schneller als 30 kilometer pro stunde fahren und die frage habe ich auch am donnerstag falsch beantwortet unfassbar fahrräder dürfen nebeneinander fahren das ist die besonderheit in einer fahrradstraße weil die halt extra fahrräder ist und da ist halt ja da dürfen sie sich ein bisschen mehr freiraum nehmen radfahrer dürfen nicht behindert werden ganz klar und fahrzeuge dürfen nicht schneller als 30 km h fahren diese frage habe ich diese antwortmöglichkeit habe ich nicht angekreuzt weil mir nicht eingefallen wäre dass es da eine regelung dafür gibt aber andererseits habe ich auch gedacht dass die geschwindigkeit immer den schwächsten verkehrsteilnehmern angepasst werden muss das ist überall so also zum beispiel im verkehrs beruhigten bereich schrittgeschwindigkeit weil fußgänger und kinder und dementsprechend auch hier ist die dritte antwort möglichkeit richtig ja zwei fehlerpunkte naja genau eins zwei drei und jetzt wissen wir es so das ist übrigens die letzte frage jetzt haben wir es gleich durch ok wir sind außerorts wahrscheinlich auf einer kraftfahrstraße wir fahren 120 da fährt ein Tesla neben uns ok vor uns ist ein unfall wir machen das waren blinklicht an schauen wir mal was die frage ist wie verhalten sie sich jetzt richtig ich fahre so weit wie möglich links ich fahre unverändert weiter ich verringere meine geschwindigkeit weiter ja gut ich glaube da müssen wir jetzt auch nicht viel darüber diskutieren wir fahren möglichst weit links damit wir es können ja auch sein dass da unfall also so teile von fahrzeugen noch auf der fahrbahn liegen wir verringern natürlich unsere geschwindigkeit geschwindigkeit verringern ist normalerweise immer die richtige antwort möglichkeit ok ja cool eine haben wir falsch beantwortet was war das denn nochmal mit dem mit dem waren dreieck ok die werde ich jetzt nicht beantworten sondern ich warte bis die irgendwann wieder bei den anderen fragen vorkommt weil dann kann ich mich nochmal an diese frage erinnern und dann ist es besser im langzeit gedächtnis gespeichert als jetzt ok ja cool ihr könnt ihr mal sagen wie es euch gefallen hat und wenn ihr jetzt noch irgendwelche fragen habt zu irgendwas was mit dem thema führerschein zu tun hat dann könnt ihr mich das jetzt wissen lassen was mir extrem wichtig ist ob ihr das mit diesem links abbiegen verstanden habt weil das kommt wie gesagt in der theoretischen prüfung sowie in der praktischen prüfung dran und das ist ein einer der ich würde sogar sagen einer der drei einer der fünf häufigsten gründe die zum nicht bestehen der praktischen prüfung führen ja das ist freut mich dass es euch gefällt dankeschön dankeschön das wäre super wenn ich mehr videos mache du ich habe über 200 videos auf youtube also ich habe alle fragen schon verfilmt die es gibt alle ihr müsst sie nur finden ich habe sogar playlisten erstellt also ihr dürft nicht nur einfach die videos so anklicken so dann gehen wir auf den kanal ach du scheiße jetzt ist der es ist wahrscheinlich die batterie von der kamera leer oder mensch vielleicht kommt sie noch mal ach schade ja batterie ist leer also ja sorry die war voll geladen die hält anscheinend nicht so lange durch also wenn ihr ja wenn ihr bock auf mehr streams habt dann ihr könnt mir das vielleicht noch mal irgendwie was ich mache meine abstimmung oder sowas dann würde ich mir so ein netzteil kaufen für die kamera dass die halt keinen akku braucht was war jetzt die frage ich weiß jetzt die frage nicht mehr sorry ach genau mit den mit den videos ich habe alle fragen verfilmt du musst auf den kanal gehen auf youtube und dann gehst du auf playlisten und dann siehst du ich glaube ich weiß es nicht da ich habe zwei ordner gemacht mit den zusatz fragen und mit den fragen aus dem grundstoff also es sind alle fragen verfilmt und dann sind halt noch die ganzen prüfung simulation online was ich habe mittwoch prüfung und ich habe die neuen fragen noch nicht auf der app was soll ich machen kauft ihr eine bessere app ja keine ahnung also ich muss manche fragen mich ob diese app in ordnung ist oder ob sie sich diese holen sollen ich habe mir noch nicht alle apps angeschaut die es gibt ich weiß das ist fahren lernen max meiner meinung nach das beste ist was es gibt ich bekommen dann doch kein geld dafür aber also ich finde das programm halt gut weil wie gesagt es ist eins zu eins genau es sieht so aus wie die fragen die in der prüfung dran sind also von der von der aufmachung her alleine und es sind halt auch vom inhalt her genau die gleichen fragen du hast eine fahrschulkarte von einer fahrschule ok und was kann man damit machen du kannst die app jetzt schon runterladen aber du kannst sie nicht verwenden weil der zugang also du musst den zugang erwerben und den bekommst du nur von einer fahrschule die mit diesem mit dem vogel verlag zusammenarbeiten also mit diesem fahren lernen max und da kannst du halt diesen zugangscode kaufen ach fahrschulkarte app das ist die app mit der man wo die prüfungsfragen drin sind ok ja kann ich mir ja mal anschauen also kenne ich jetzt noch nicht ja gut gut eine frage machen wir noch dann hau raus leer aber schnell damit ich meinen akku wieder aufladen kann und wie gesagt also wer ein bisschen zu spät in den stream gekommen ist oder so ich glaube also ich habe das so eingestellt dass der stream für ein paar tage gespeichert wird und du kannst dann auf diesen twitch kanal jetzt das video glaube ich noch einmal anschauen in einer einbahnstraße natürlich darf ich in einer einbahnstraße überholen warum sollte ich denn nicht überholen dürfen eine einbahnstraße heißt ja nur dass ich nur in eine richtung fahren darf also sprich es kommt kein gegenverkehr entgegen natürlich darf ich da überholen das hat nichts damit zu tun also wie man am besten lernen kann wenn man eine lernschwäche hat es kommt darauf an was für ein lerntyp du bist also es gibt ja leute die können sehr gut lernen durch zu hören es gibt leute die können sehr gut lernen indem sie es anfassen und selber in die hand nehmen und selber machen und es gibt leute die können das sind visuell die durch anschauen also durch durch bloßes zuschauen sehr gut lernen können und da musst du rausfinden was für ein typ du bist vielleicht weiß es auch so schon du kannst auch so test machen im internet werden so fragen gestellt und dann findest du raus was du für ein typ ist und deswegen habe ich auch nicht nur den video kurs erstellt wurde ja visuell alles beigebracht bekommst sondern auch das hörbuch und im hörbuch werden dir halt die fragen und die passenden antworten vorgelesen und die kannst du dir halt immer und immer wieder vorlesen lassen und das gute ist du kannst sie dir auch in der prüfung vorlesen lassen dann musst du davor angeben dass du gerne kopfhörer haben möchtest und dass du dir die antworten und fragen vorlesen lassen möchtest und also mir geht es so wenn ich dann das gleiche noch einmal höre dann weiß ich sofort die richtige antwort also dieses hörbuch habe ich ja selber entwickelt alles oder gut im videokurs auch aber dieses hörbuch das ist mir irgendwie ins gedächtnis geschossen und zwar habe ich mal den sportboot führerschein gemacht und diese fragen waren unglaublich kompliziert und da gab es ein programm wo dann auch ein sprecher diese fragen und die richtigen antworten vorgelesen hat ich habe eigentlich nichts anderes gemacht außer mir tagelang dieses hörbuch angehört und dann wusste ich halt in dieser prüfung diese frage okay das ist diese antwort das ist mir halt vor einem jahr oder so eingefallen und deswegen habe ich mir dann so ein sprecher besorgt und habe mir halt dann dieses hörbuch sprechen lassen also mega geil auf jeden fall die app hat mir das falsche angezeigt ja wie gesagt ich kenne die apps nicht also dieses vom fahren lernen max ist halt die app es ist halt die app ja also keine ahnung es gibt bestimmt auch welche die werden da von irgendwelchen privat leuten programmiert und da sind natürlich dann nicht eins zu eins die fragen drin falsche antwort keine ahnung ich weiß es nicht ja die fragen bleiben dir im kopf und du weißt nicht wie lang da geht es um das langzeitgedächtnis und das ist auch so ein problem viele leute versuchen ja die antworten und die fragen auswendig zu lernen und da bin ich jetzt nicht so ein fan von weil du in einer stresssituation oder eventuell in einer späteren zeit nicht mehr darauf zugreifen kannst und deswegen habe ich auch diesen video kurs entwickelt weil du da nicht die fragen und antworten so auswendig lernst sondern ich versuche dir also der kurs ist so aufgebaut dass ich ein thema erkläre und zu diesem thema gibt es ja verschiedene fragen wenn du jetzt die app einfach so durch machst dann ist er die erste frage zum beispiel zum thema was weiß ich verkehrszeichen sondern hast du fünf weitere fragen und dann kommt noch mal eine frage zu diesem verkehrszeichen mit anderen also eine andere frage zu diesem verkehrszeichen mit anderen antwort möglichkeiten und 50 fragen später kommt dann nochmal eine frage zu diesem verkehrszeichen mit anderen antwort möglichkeiten und der kurs ist halt so aufgebaut dass ich ein thema zum beispiel zu diesem verkehrszeichen erkläre und dann auch die passenden fragen und antworten mit einbaue und das heißt du lernst halt dass das thema du weißt dann wie es funktioniert auf was es ankommt und damit kannst du die restlichen fünf antworten die irgendwann zu dieser frage gestellt kommen kannst du dann beantworten also so habe ich das versucht aufzubauen das war die app sogar die du da hast heißt was 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 also fahren lernen max sagt dass man eigentlich überholen darf in der einbahnstraße quatsch also vielleicht war das irgendwie so eine bilderfrage und da war eine situation oder sowas wo das überholen nicht erlaubt wäre oder sowas aber wegen einer einbahnstraße das hat nichts mit dem überholverbot zu tun gar nichts okay ja ich denke das soll es für heute gewesen sein eineinhalb stunden das wäre jetzt auch ein normaler theorieunterricht gewesen also eine doppelstunde oder eine theorieunterrichtseinheit ja also wie gesagt freue mich wenn ihr wenn ihr meinem kanal folgt und auf youtube auch schön viele daumen nach oben da lässt das motiviert mich extrem ob ich das hochlade ich habe noch absolut keine ahnung wie was funktioniert hier also ich muss mich da erst mal ein bisschen einspielen hier aber bleibt auf jeden fall folgt auf jeden fall meinem instagram account da werde ich dann noch mal also falls ich noch mal so ein stream machen sollte werde ich da auf jeden fall bescheid geben ach ob ich das video auf youtube hochlade ich weiß nicht ob das geht keine ahnung oder wie das geht aber ja vielleicht okay ja gut dann würde ich sagen danke dass ihr mir zugeschaut habt und dann sehen wir uns eventuell beim nächsten mal bis dann